Hallo und herzlich willkommen zu Russland Direkt. Der russische Präsident Putin hat vor der UNO nicht nur für eine militärische Zusammenarbeit gegen den IS in Syrien geworben, er ist auch gleich tätig geworden, sodass russische Kampfflugzeuge jetzt Ziele in Syrien bombardieren. Die eigene Bevölkerung hat der Präsident bei diesem Thema nicht so einhellig auf seiner Seite wie damals beim Thema Krim. Dabei spielt es keine Rolle, ob er im Bündnis mit anderen oder im Alleingang das Eingreifen befiehlt. So befürwortet nach einer repräsentativen Umfrage des Levada-Zentrums eine große Mehrheit der Russen die politische und humanitäre Unterstützung für das syrische Regime. In Bezug auf Waffenlieferung und Wirtschaftshilfe ist diese Mehrheit jedoch knapp. Und geht es um direkte Hilfe durch einen Militäreinsatz, ist die deutliche Mehrheit der russischen Bevölkerung dagegen. Auch die recht offene Sympathiewerbung der russischen Staatsmedien für die Unterstützung Assads fruchtet hier nicht so richtig. Das ist ein Zeichen dafür, dass weder Putin noch diese Medien bei der Meinung der Russen allmächtig sind, wie es immer wieder gerne in den westlichen Medien dargestellt wird. Bei Syrien und dem arabischen Raum steckt tief in der russischen Bevölkerung noch die Erfahrung des Afghanistan-Kriegs in den 80er Jahren. Auch damals unterstützte man offiziell die weltliche Seite in einem Bürgerkrieg gegen Islamisten. Am Ende waren viele Russen tot und trotzdem übernahmen die Taliban die Macht. Eine Erfahrung, die heute in Russland ähnlich nachwirkt wie der Vietnamkrieg in den USA. Dabei sieht die Mehrheit der Russen schon den islamischen Staat als Bedrohung der weltweiten Sicherheit. Wer darüber informiert ist, dass in dessen Reihen auch Russen kämpfen, macht sich darüber ernsthafte Sorgen. Dennoch betrachtet die russische Bevölkerung den Konflikt in Syrien mehrheitlich als Bürgerkrieg, als innere Angelegenheit. So wachsen die Sympathien für Assad als Gegner der Islamisten, aber dennoch sind immer noch mehr Russen neutral als auf seiner Seite. Die russische Bevölkerung wird die Lage in Syrien genau im Auge behalten und hat auch im Inneren in großen Teilen eine kritische Distanz zu ihren großen Medien. Und sie will keine toten Russen in Arabien. Schon jetzt sind Syrien und der Flüchtlingsstrom von dort das Thema Nummer zwei im Land. Gleich nach dem Rubelkurs und der Krise in der Ukraine. Auch wir bleiben bei diesem Thema am Ball und informieren euch weiter. Also, bis zum nächsten Mal.